Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScorpionPlays, Freunde. Ich habe gestern im Livestream das beste Gameplay meines Lebens erspielt und das werde ich auch den nächsten Tagen irgendwann hochladen. Ich hoffe, dass die Titan davon auch genervt wird, um ehrlich zu sein, damit ich das Gameplay mit reinem Gewissen hochladen kann, Freunde. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich chill heute ein bisschen weiter hier hinten. Normalerweise bin ich immer hier vorne, aber ich habe gerade gegessen und ich muss ein bisschen chillen, Freunde. Aber ich glaube nicht, dass es klappen wird mit dem Chillen, denn ich habe etwas gesehen, was mich doch sehr, sehr verwundert hat. Und zwar gibt es tatsächlich etwas, wovon ich niemals gerechnet hätte, dass es jetzt schon soweit ist. Ihr seht es. Black Ops 4 Aimbot Hacking Blackout. Freunde, es ist tatsächlich soweit und ich habe das Video schon ein bisschen durchgeskippt. Es ist tatsächlich ein Hacker aufgetaucht in Black Ops 4. Ich habe keine Ahnung, ob noch irgendwer anders dazu schon ein Video gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe zur Zeit nur gezockt, deswegen I don't know. Der Typ heißt auf jeden Fall Dolphin Hacks und ich war auch auf seinem Kanal unterwegs. Und der Typ, naja, gucken wir uns das mal selber an. Ich zeige euch mal was. Und zwar, der Typ, der hackt halt wirklich. Hier, Hacking 1, Hacking 2. Der Typ hackt und findet sich wahrscheinlich richtig geil. Er hat sogar teilweise Videos mit guten Bewertungen. Und dann kommen auf einmal diese beiden Videos. Absolut schlechte Bewertungen der Welt. Okay, ich würde sagen, wir schauen noch mal gemeinsam hier rein und schauen mal, ob das, wie krass das ist. Das ist auf jeden Fall ein Blackout hier. Aber ich denke mal, wenn ihr jetzt ein Blackout schafft, ist das vielleicht auch ein Multiplayer. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also heute entspannt, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich mache mal kurz hier die Musik aus. So, okay. Let's go. Okay, bis jetzt schon mal sehr merkwürdig. Er scheint sich nicht ganz sicher zu sein, ob er das Spiel gut findet oder nicht. I don't know. Auf jeden Fall, okay, das können wir eigentlich überspringen. Ich will gar nicht sehen, was er dazu sagt. Oh mein Gott, man sieht es schon. Man sieht jetzt schon, er hat hier eine Hitbox. Und wie macht er das? Ich meine es ernsthaft, wie ist es möglich, so kurz nach Release schon zu hacken? Ich meine, das ist wahrscheinlich PC. Das ist ja immer auf PC eigentlich zuerst. Aber das macht, also ich finde das krass, Leute. Wirklich, weil dieses Spiel müsste doch eigentlich so extrem safe sein. Es kann auch sein, vielleicht ist das ja auch ein Fake-Video und der hackt gar nicht. Kann ja auch sein, aber man müsste ja denken, Alter, das Spiel ist gerade neu rausgekommen. Man kann hier noch unmöglich schon hacken, oder? Er ist richtig stolz, ob er einer der ersten ist. Boah, da kann man so richtig stolz drauf sein. Ja, nice, Digga. Auf jeden Fall, was ich interessant finde, ist, dass auch Aimbot schon möglich ist. Ich hätte jetzt damit gerechnet, okay, Wallhack ist so eine Sache, aber Aimbot ist auch schon drin. Das finde ich natürlich schon krank. Und ich denke mal, der Typ könnte locker auch ein Multiplayer hacken. Er will neue Abonnenten damit aufbauen, habt ihr gehört? Er denkt richtig, das wird jetzt seine Zeit. Okay, hier sind wir in-game. Oh mein Gott, ist das eklig. Nein. Ich habe ihn bereits getroffen. Okay. Das kann nicht wahr sein. Okay, dieser Typ. Vor allem, normalerweise ist Blackout ja genau deswegen cool. Ich habe gestern auch im Stream gezockt. Normalerweise ist Blackout deswegen cool, dass man halt eben unterwegs ist und eben nicht weiß, okay, ist der nächste Gegner jetzt nah dran, man muss ein bisschen vorsichtig spielen, man muss aufpassen. Und der Typ hier, der nimmt diesen ganzen, es nimmt ja fast schon noch mehr Spaß raus als beim Multiplayer. Beim Multiplayer weißt du, okay, die Maps sind relativ klein. Du hast eben deine Hotspots, so bei Raid, dass da jemand, zum Beispiel der BO2 im Zigzag kommt. Das ist sicher, da brauchst du keinen Warlhack für, um das zu wissen, aber das hier ist wirklich widerlich. Er wird next sterben. Okay, ich sehe dich da oben, Mann. Schau euch das an. Das wird mich nicht anerkennen. Hat er auch Gottmode oder was? Nein. Nee, hat er anscheinend nichts, würde er durchlaufen, oder? Schauen wir mal, ob er Gottmode hat. Oh, guckt euch das an. Oh, mir wird schlecht. Ich habe gerade gegessen, mir wird schon wieder schlecht. Ich habe mich immer gefragt, ob sich Hacker wirklich selber cool fühlen und der Typ fühlt sich halt wirklich cool, man. Das macht mich so traurig gerade. Ich habe wirklich Tränen in den Augen. Okay, nicht wirklich nichts, was ich brauche. Ich wollte das nicht. Gameplays findet auf YouTube. Könnt ihr sie mir gerne auch bei Twitter oder so schicken als DM. Ich würde mir gerne mal anschauen, was da so für Sachen abgehen. Vielleicht habt ihr ja so einen oder anderen Hacker ja schon mal aufgedeckt. Man weiß es ja nicht. Der guckt euch das an, Alter. Hm. Das meinte er jetzt aber nicht ernst, oder? Bitte sag mir, dass er das nicht ernst meinte gerade. Please don't challenge me, if you know, that I am better than you. Ha. Get it? Because I'm not better. Ja, okay. Jetzt hat er es. Okay. Damn, this dude was stacked, bro. And what does this do? So, ein Spaß wie er den armen Typen looted, den er gerade mit Aimbot und Wallhack getötet hat. I honestly don't like using these things, so. I'll just use it up right now. Three times scopes. Okay, cool. I'll go towards this guy. Because he's only 150 meters away. Da steht sogar die freaking genaue Meteranzahl. Oh, sh**. This is gonna be my second game where I'm gonna die just because... I'm gonna pick up meds, actually. Woran ist er denn jetzt... Hä? Er sagt shit, dann auf einmal so einen Cut, den ich nicht verstehe. Get me out! Und dann ist er zwischendurch immer so laut mit seinem Scheiß-Headset, weil er macht mich richtig sauer, der Typ. I'm forever in your debt. I'm gonna sauce this dude real quick, hold up. Hey buddy, you don't seem like the guy to survive in this game. Oh, die Gamer-Tags sind voll weird, Digga. Oh, yes. I know they did. Why? Because of the ratings. It was beautiful. 100 Dislikes? I think we could do much better than that. Okay, vielleicht will er auch Dislikes für die Videos. Er kommt mir so ein bisschen... Vielleicht ist es ja so eine Art soziales Experiment, aber es macht es trotzdem nicht besser. Das ist so, als ob ich ein soziales Experiment mache, wo ich alte Frauen auf der Straße schubsen und die fallen hin und dann gucke ich, was die anderen machen. Okay, aber ich habe die alte Frau trotzdem geschubst und es ist trotzdem nicht in Ordnung. Wisst ihr, was ich meine? I don't know. Wer will die Dislikes? Ich werde dir einen Monat dieser Schild für frei geben. Es ist so einfach als das. Also, wenn du wirklich gewinnen möchtest, mach was ich einfach... Du kannst trotzdem nicht ohne mich überleben, aber... Hä? Irgendwie ist er der erste Hacker, der so ein bisschen gefeiert wird, habe ich so das Gefühl. Ich meine, guckt euch jetzt mal die Bewertung an. Er hat die Dislikes bekommen, die er wollte. Das heißt, er gibt jetzt... Aber guck mal, wie ekelhaft, Digga. Stell dir mal vor, ich stelle mir gerade vor wie Monte, weil er spielt ja viel Blackout durch ihn stirbt. Monte wird, glaube ich, weinen einfach zu Hause. Er war nicht der einzige Mann hier, war er? Dann wird erst mal die Sonne lachen eine halbe Stunde. Aber sowas von... Peekaboo! Alter, guckt euch dieses Schwein an, wirklich. Oh, ich krieg... Okay, I don't think standing out in the open is a good idea. Wie viele Kills macht er denn? Jetzt gucken wir doch mal. But then you're gonna be like, hi, how's your day? And then the other guy in the back, you're gonna be like, who's your mother and what does she do? Say with me. Who's your mother and what does she do? Ist das ekelhaft, Alter. Oh, did you actually land on the roof? Doesn't mean you can't hide, you can hide from me. I mean, I see you right there, bro. Jesus, this is OP, bro. Zwischendurch will ich eine Sache sagen und zwar, ich hab mir eigentlich vorgenommen auf diesem Kanal hier, das ist lustig, weil jetzt passt jetzt, das ist witzig, pass auf. Normalerweise sagen YouTuber, ja, ich wollte hier eigentlich vier Videos hochladen, aber ich schaffe leider nur zwei zur Zeit. Und bei mir ist es gerade so, ich wollte nur vier Videos hochladen, lad aber wieder sieben Videos die Woche hoch, weil ich so extrem Bock hab auf Black Ops 4 Videos, Leute. Ich bin so happy mit dem Spiel, unglaublich. Ich hoffe, ihr merkt das. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like, da bin ich nicht mehr. Oh mein Gott, da sind die ganzen... Nein, Digga, es gibt schon so ein richtig krasses Einstellungsmenü. Schaut mal, was da alles drin ist. Das kann doch nicht sein. Wie geht denn das jetzt schon? Wie kann man jetzt schon hacken? Ich versteh's nicht. Kann mir jemand von euch jetzt mal wirklich, der sich mit PC oder so auskennt, erklären, was das hier ist, wie das möglich ist, dass es so schnell jemanden schafft, ist es bei jedem Spiel dasselbe oder wie schafft es jetzt schon jemanden so schnell dieses Ding zu programmieren? Das interessiert mich wirklich. Oh, ja, off, 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 that's still a lot of people, so, and we got a truck, okay, cool, let's go, let's go, say hi to some people. Kann er bitte durch die Runde wenigstens gewinnen jetzt, der eklige Schweinehacker, der armen Typ dahinter denkt auch so, von wo werde ich, oh, ey, wie widerlich war der, wie stark widerlich war der, wie stark widerlich war der Aim Assist gerade in der letzten Sekunde, Freunde, ekelhaft. Oh, oh, that's slide, though. Finally. Oh, they're chasing each other, that's just... Disrespectful. Wenn du jetzt keine 15 Kills machst, dann habe ich ohne Hacken besser Runde gespielt als er. Komm, zeig mir, was man fehlt. 10 Kills? Nee, ich habe das nicht mehr, ich habe maximal 14 Kills. Guckt euch diesen an, er macht 14 Kills, er gewinnt jetzt. Oh, shit, that is not. Ich fühle mich, er hat jemanden in hier, den er nicht möchte, mich zu checken. Guckt euch das an. Ha! Well, I hope you guys enjoy the video. Leute, was denkt ihr darüber, was wir gerade gesehen haben? Lasst auf jeden Fall gerne einen Like da. Ich gehe mich jetzt erstmal waschen. Ich kann's, ich glaube, dass es jetzt schon möglich ist. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ich geheiserer.